Wir sind jetzt aus dem Story Modus raus und jetzt ist es jetzt Sandbox Modus, also im Grunde Endlos. Kampai? Kampari? Eiersalat. Was? So. So. Jetzt müssen wir uns hier mal umgucken. Irgendwie konnte ich rennen? Achja. Überleben ist unser Auftritt. Es sind immer noch mehr. Wow. So was haben wir hier? Nix drin. Darf ich nicht mitfahren. Oder? Noch nicht. Doch. Cool. Ja, wie fahr ich nochmal? Schiff. RPS. Halte. Achja. Das ist eine Tankstelle, fahr in die Säule? Ich bin nicht oben. Okay. 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 So wir wollen mal an die Tankstelle gucken, ne? Ja. Auch. Warte. Warte. Warte doch. Warte. Warte. Ja, aber wo soll ich denn hin? So, jetzt kommen wir hier doch ran. So, jetzt gucken wir uns hier mal rum. Was haben wir denn hier oben? Ja, einfach nur ein Dach. Nee, komm ich nicht oben. Okay. Hey! Ha! Sind doch alle schon rausgesprungen hier, oder? Immer ein bisschen looten hier, vielleicht finden wir was Essbares. Da kommt so ein Zaumili links hinter mir. Okay, viel essen. Okay, viel essen. Ja, gut, aber du mein Dich oder was? Oh, dann mal gucken hier. Nee, was zur Blutung hast, ist denn eigentlich so hell. Genau, es leuchtet so. Ja. Ich könnte auch schnell durchsuchen, aber dann locke ich gar nicht viele Zumis an, weil dann bin ich laut. Gut. Ach, wir sollen ein Zuhause finden, ist die Aufgabe, ja? Äh... Da sind wir eh voll. Sollen wir ein Zuhause finden? Ein Zuhause. Oh, hier ist noch was. Der leuchtet oben. Der ist krank. Verklägt. Dann müssen wir ein bisschen was in unseren Kofferraum packen. Ey, das Auto behalten wir jetzt erst. Ah, nichts gefunden. Gut. Komme ich hier nicht raus? Sie haben noch irgendeine Scheibe hier kaputt gemacht. Sprit brauche ich ja scheinbar nicht, ne? Ja, zum Auto muss ich wieder. Sollst du den schicken Taus hin? Hier. Halt mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Ja, bin jetzt. So. Okay. Schick, das Auto könnten wir nehmen. Ja, nehmen nur ein Auto. Vollzeit schon fertig. Aber hallo. Wow. Wird mir angezeigt, was ich als Haus nehmen könnte? Oh, da haben wir ein Fragezeichen. Ach, das hier könnte ich jetzt überprüfen. Ja, im Grunde. Steht da jemand? Da steht jemand. Wo? Na ja, kurz. Nein. Da hast du eine Maul irgendwo. Da hast du eine Maul irgendwo. Danke. Ich finde eine Gemeinschaft. Jetzt haben wir jemanden. Ja genau, jetzt ist unser Zuhause. Oh, das ist so. Sieht da sehr... Könnt ihr mal bitte... Aha, Nachbarn brauchen unsere Hilfe. Ist das mein Problem? Sie will nicht mitkommen. Kühlschrank. Oh, nett. Brauchen wir aber grad nicht. Wir haben zwei Nahkampfwaffen mit. Und unsere Schrot. Okay. Oder was auch immer. Können wir das auch aufräumen? Das wird helfen. Ja. Ja. Scheiße, Mann. Es wird nur ein paar Tage dauern, bevor die Zubi schwärmen, und die Zubi zerstört. Und die Zubi zerstört. Scheiße. Na ja, was erwartet? Wir werden bald mehr Destruction Materials brauchen. Da ist ein Kreischer drin. Der muss weg, oder? Ja, stimmt. Und doch muss sie weiter rauskommen. Kaum beginnt die Apokalypse. Da hat man so viel zu tun. Wer waren jetzt eigentlich unsere Nachbarn? Also, wen hab ich denn grad reden gehört? Die meiner? Die meiner Stimme, ne? Wow. Der war ein Stopp. Gute Bremsen. Ach da. Ach da ist ein Überlebender. Erst den Überlebenden, oder erst den Infektionsherd wegmachen? Was mein dir? Erst den Überlebenden. Dennass es nur derweiler ist und dauer, ja. Der war ein Heiler hat es zu weilseth. Zieig! Schau. Wir sind gesund, oder? Verdiene Vertrauen für die Hilfe beim Beseitigen des Infektionsherds. Beide? Okay, ab zum Infektionsherd. Komm mit. Ich hab hier eine geile Karre am Start. Ach! Hier ist Essen drin. Mal gucken. Stimmt. Komm, ihr Typ. Nehmen wir hier halt den Familienwagen. Händermachen! Ah! Kamel! Warte. ijer! Ah! Ah! Gämer! Komm. Ah! Warte! Ah! Komm! Warte! Warte! So, wo ist der Herd? Ist er weg? Ne. Beseitige den Infektionsherd. Da lang. Wer ist das? Da. Da. Ding. So. Das war doch okay. Easy. Oh, nett. Großer Rucksack. 2,4. Ne, 1,6. Aber für die anderen wahrscheinlich. So, wo sind sie denn jetzt hin? Wo sind denn die Typen jetzt hin? Ich habe nichts leften. Oh, was ist da? Zombiehorde abfangen. Oh Gott. Jetzt will ich aber erstmal meine Karre wieder haben. Oh. Die Trennen sind kaputt, die Trennen. Wo sind die beiden anlaufen? Oh. War nicht so gemeint. Wo muss ich lang? Oh. Zwei Zombiehorn. Die sind überall Zombiehorden. Oh. Oh. Was ist das? oh oh bin ich tot? ich glaub Spiel ist vorbei ich hab verloren oder? oh ne sie ist tot ach jetzt bin ich einer von den beiden ach wir haben einen Freund verloren halten wir einen Moment inne ach jetzt egal kann ich ihre Leiche aufsammeln? ich will die Waffe haben hier ist ein Zombie nee ich glaub da war nix mehr übrig hast du irgendwas? ok hey ich hab doch gar keine Zeit hier für irgendwas ich bin nicht vorbei zu viele Horden da draußen begegnen ja ja und und weil hier nur funktioniert nee das hat funktioniert ich brauch ein Auto vor allem ich brauch mein Auto wieder das ganze Essen drin ist hier was drin? ne ich glaub ich will den großen Truck nehmen da steht ja mit dem mit dem oh Gott belagert da bin ich gestorben Habseligkeiten da steht der Truck auch genau das ist zu viel hier guck dir das mal an also hier die brauchen wir erstmal die brauchen Verstärkung ach nee ich muss ja trotzdem zu meiner Leiche erstmal ja der ist nicht ganz so beweglich ne wir haben jetzt hier oben woher ist denn ja wir haben noch was denn wir haben noch was denn kürzlich Release ich muss erst mal die habsfähigkeiten weg auch So, jetzt müssen wir schnell umladen. Warte, ich werde erst kurz was lassen. Jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir denen hier helfen. Naja, aber bevor ich öfter sterbe, brauche ich ja andere, die noch leiden können. Und dadurch kannst du dann immer in einen anderen Krankenhaus stecken, wenn du stirbst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum ist das Blurz? Hilf! Meine Güte! Lass mich rein! Hallo! Ja, ja nun! Auch begleiten! Verteidige die Stelle, okay? Was? Können die auch mal was tun? Waaah! Doch! Ja! 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 Du hast ein Zombie-Horder-Alarm! Ja! Okay, warte! Warte, 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 warte! Ich bin ja gewappnet für sowas. Oh! Das ist der hier, der aufgebläht ist. Uff! Der hat meinen Reifen kaputt gemacht! Der hat meinen Reifen kaputt gemacht! Das habe ich nicht. Ja! Können wir euch jetzt mal beilen? Oh! 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 Man macht der Tür zu klu! Man macht der Tür zu klu! Ja! Ja! Kannst du mal? Ja! Kannst du mal? Das hat noch eine Tür? Ja! Das macht er gerade! Ne! 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 Jetzt sind alle! Ja! Und wie lange noch? Hier ist noch irgendwas zum Guten oder was? Ah! Ah! Achso! Da ist er sonst nichts! Wie lange soll ich jetzt bei dem bleiben? Hm? Danke! Soll ich den ein Wohnmobil suchen? Ja! 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 Ich bekomme Schaden dadurch, ok? Ja! Wohnmobil! Äh, sterbe ich da gerade? Ja! Ja! Das heißt, ich fühle mich nicht rein! Ja! Ja! Nehmen wir den jetzt halt, ja! Oh! Genau! Oh! Was hcin'LY! Das sieht aus wie so ein Urn... ...Camping-Frieder! Natürlich geht das nicht. Leute, das geht. Oh nein, das gewinnt. Machen wir mal erstmal. Wo geht der hier? Oh, da ist ein Schreier. Kann ich hier durch? Ein bisschen Schreier wegmachen hier. Nee, gerade nicht. Oh. Komm. Hm. Kann man da immer im Neue raus? Ja. Soll ich wieder zurück? Ja. Wo ist denn euer Problem? Wo? Wo? Ach, das ist ja unsere Heimat. Wo? Ich hab die Tasche vergessen in dem Truck. Ja. Okay, also, wo war denn der Jeep? Ist das der? Ne, der steht doch noch am Haus, ne? Da. Ich muss jetzt aber im Grunde noch ein Wohnmobil suchen, weil sie extra Wünsche haben. Ja. Und da kannst du ja dein Zeuge mal auspacken. Oh, ich bin nicht mehr. Ja. Das ist so, wenn du siehst. Oh, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ja. Guck mal, da sind jetzt überall Gefahren her, meine Güte. Ja, jetzt müssen wir immer wieder zusammenziehen und bis drüber die Gefahren sind. Da ist das recht. Mhm. Da fehlen aber die Reifen. Da reifen wir uns kaputt. Ja, ja, aber ich will ja... ...denen Rucksack, die da rein gepackt hat. Schon dort? Okay. Ich geh jetzt erst mal in die Basis. Du fährst so langsam und gehst auf dem Wohnmobil. Der nimmt auch schon wieder eine Zombie her. Der ist doch nicht als Wohnwagen, können sich doch alle hinten rufsetzen. Wachtturm errichten? Wie errichte ich denn ein Wachtturm? Ah, den Inhalt habe ich nicht bekommen oder was? Warte mal, ich muss kurz... Wie komme ich ins... Ah ja. So. So, okay. Aber ich habe ihre Items nicht bekommen? Oh. Doch. Was für einen Muni haben wir denn? 12 von 9 Millimeter. 13 Flintenpatronen. So. Wir wollen den Wachtturm errichten, ja? Draußen. Ich brauche erstmal einen Medikit hier. Ja. Wann ist jetzt Kopfschmerztabletten? Verdammt. Evo-Tropfen? Ne. Dann doch ein Snack? Oh. Oh. Kann ich jetzt nicht vom Reikadieren? Na toll. Ich muss mich heilen. Ich habe nichts gemacht... Oh. Ich habe nichts zum Heilen. Ja, wie errichtest du das Wachtturm? Äh, ist das hier... Achso. Wachtturm ist draußen, ne? Müssen wir uns hier erstmal umgucken. Ich habe noch einer Weile aufgegangen, sondern so gut durchs... Okay. Tja, wie errichtet man einen Wachtturm? Das schmeckt so nicht hoch. Oder sowas. Wir haben halt einen Zombieherd genau vor der Tür, ne? Die hat richtig einen Wachtturm. Warte mal, kann ich mit der... Lilly kommen? Ist ja gut. Nein. Ah. Ich habe einen Wachtturm. Äh. Ah, hier. Oh, vermisst. Müde. Hannah Crane. Ach, hier. Und weiter. Ah, jetzt brauche ich ein Bett. Okay. Ist jetzt nicht das Wichtigste. Hab ich hier nicht gerade einen Zombie gehört? Was? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah ja. Was? Kraftmeier? Tötet 100 Zombies mit Schlagwaffen. Aha. Jetzt warte mal erstmal... Schlafzimmer-Barrier und sowas. Mach ich gerade. Achtung Sekunden. Ah. Schlafzimmer-Barrier und sowas. Ja. Schlafzimmer-Barrier und sowas. Nakap. Ich wäre nicht amüsiert. Schlafzimmer-Barrier. Ah, das muss ich auch nicht loversieren. Ja. Ich würde mich um die Möglichkeit zu treffen. Wo kommst du denn her? Kannst du mal die Tür zumachen? Schlafstabon ist fertig. Funkraum, Werkstatt, Küche. Schlafraum ist da oben weg. Autos, wie... Aber wie baue ich den Wachtturm? Ach hier, draußen. Schlafbereich, Krankenbereich, Trainingsbereich, Garten. Wachtturm, nicht genügend Materialien. 15 Steine, und wo hole ich sowas her? Kann ich das? Wollen wir denn das Schlafzimmer hergerichtet? Da? Da? Da. Hm. Hm. Ja, alle im Bett. Hast du gesehen? Hä? Die geht immer wenn ein Zombien kommt. Hast du das schon festgestellt? Ähm, ach ja, warte. Ja, ich würde mal erst mal hier Pause. Genau. Ja, ich würde mal erst mal hier Pause machen. Ach, mit der Zeit laden sich dem die Ressourcen, glaube ich, auf, so wie es aussieht. Okay. Aber wir müssen trotzdem einen Stein finden und alles sowas.